Nicht nur Annalena, alle Grünen haben es mit Gesetz, mit Recht und Ordnung nicht so sehr. Und so spricht hier jemand, der dieses Bild kreiert hat von Regierungskriminalität und ich würde ihm doch zustimmen. Denn das, was dort geschehen ist in Sachen Afghanen, das ist schon kriminell. Warum ist diese Frau noch im Amt?